Hallo, mein Name ist Epi Bosselmann von kreativglück.de. Ich wollte mit euch heute diese Papierblume basteln, mit einem passenden Wäßchen dazu und einem Anhänger hier am Wäßchen. Das habe ich jetzt kürzlich gebastelt, erst in der Bastel AG an der Grundschule von meiner Tochter. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das geht. Ich lege das mal beiseite. Verwendet habe ich dafür folgende Stempelsets. Einmal habe ich aus dem Set rund ums Datum den Spur Frühling genommen. Der ist hier gestempelt. Und aus den Pictogramm-Pfansches hier diese zwei Blüten. Das Set gibt es schon länger nicht mehr. Das ist jetzt leider auch im Ausverkauf gewesen. Ich glaube, das gibt es auch nicht mehr. Leider, aber man findet bestimmt auch noch was anderes Schönes, was man dafür nehmen kann. Genau. Ihr benötigt zwei Filtertüten. Das Papier hier nämlich besteht aus zwei Filtertüten. Dann ein Stück Cardstock in Pfirsich pur. Ein Stück Cardstock in Flüsterweiß. Von dem Rüschenband in Flüsterweiß. Ein paar Federn. Die Federn, muss ich sagen, die sind auch schon super alt. Und die habe ich in meinem Bastelfundus gefunden. Ich finde, die passen auch total schön hier zu den Farben. Hier, genau, die Stempelpads. Das sind dann einmal das Würsich pur, das zarte Pflaume und das Flamingo rot. Dann für den Stil hier von der Blume habe ich hier noch einen Sträum gefunden. Die waren damals mal von Nikair. Also die sind mit Sicherheit auch schon 20 Jahre alt. Und ich fand den Farbton, der war echt, ja, als wenn es dafür gemacht wäre. Ein Stück, ein bisschen Draht noch. Und, ähm, genau. Und was auch noch wichtig ist, ist der Wassertankpinsel von Stamping Up. Ähm, genau. So, dann will ich auch mal loslegen. Als erstes wird hier von der Filtertüte dieser Rand grob abgeschnitten. Ich habe hier richtig schlecht das jetzt auch doppelt nähen können, aber... So geht es jetzt auch. Es ist ja auch fix gemacht. So, dann habt ihr hier, wenn ihr es aufklappt, also zwei Flügel. Können wir sie jetzt übereinander legen und das hier schneiden wir auch nochmal ab. Also durch, in der Mitte durchschneiden. Und jetzt werden diese einzelnen Blätter, die vier, werden einfach so in der Mitte ein bisschen zusammengeraft. So entstehen dann auch die Blüten. Bei dem Filterpapier, das ist total schön. Das ist ähnlich wie Aquarellpapier auch. Da verläuft die Farbe so schön. So, das lassen wir jetzt einfach zusammen. Wenn es hinterher fast trocken ist, dann kann man es dann auch noch ein bisschen in Fork zuppeln. So, dann holen wir jetzt ein Draht. Ich schlage das hier noch ein bisschen ein. So, jetzt nehme ich meine Schere. So, jetzt habe ich hier erstmal die Grundform der Blüte. Ja, der mag natürlich auch noch eine Födertüte mehr nehmen, wenn das noch nicht Blüte genug ist. Mir hat das jetzt so gereicht. So, ich nehme hier mal ein Hilfsmittel und stecke das hier mal rein. Einfach, dass ich gleich besser arbeiten kann, wenn ich das hier einfärbe. So, jetzt mache ich das erstmal mit dem Wassertankpinsel grob nass. Ich weiß nicht, wie man das sieht hier. Tropft hier schon ganz schön. Ruhig, richtig nass machen. Meine Bastelunterlage wird hier nicht nass. Ich habe hier noch so eine Schreibtischunterlage über meinem Papier drüber. So, das ist nicht schlimm. Das kann ich hinterher wegwischen. So, jetzt nehme ich nochmal eine Stempelfarbe. Nehme die Farbe auf. Und dann verläuft die auch schon schön. Wenn die dann angetrocknet ist, die Farbe, und man dann erneut drüber geht, dann hat das auch nochmal einen schönen Effekt. Kannst du direkt drauf machen. Also, das kann man so lange machen, bis man meint, okay, das reicht mir jetzt. Ja, vielleicht manchmal kann man es einfach auch ein bisschen zarter haben, dass mehr Weiß durchkommt. Viel falsch machen kann man dabei nicht. Ja, einfach drauf lospinseln. Und so lange, bis es einem gefällt. So, jetzt brauche ich hier nochmal einen Taschentuch. Heute ziehe ich die ganze Lässigkeit hier. Vielleicht hast du hier nochmal einen. Nein, theoretisch könnt ihr auch aus dem Nackfüllfläschchen einen Tropfen nehmen, den vielleicht ein bisschen mit Wasser verdünnen und dann in ein kleines Schälchen reinfüllen. Ich lasse das jetzt hier in der Zwischenzeit ein bisschen antrocknen. Auch meine Finger, die sehen schon wieder aus, aber das bleibt nicht aus. Und das geht ja auch wieder weg. Einfach da auch noch mal, wo man noch nicht war. Die Kinder, die fand ich auch ganz toll in der AG. Ich muss sagen, ich hatte jetzt auch nicht genügend Wassertankpinsel. Ich habe dann teilweise auch den normalen Pinsel in die Hand gedrückt. Das war auch okay. Bei hier mit dem Wassertankpinsel ist es echt komfortabel, weil jetzt kommt das Wasser automatisch hier hin raus. Das ist ja hier in dem Tank drin. Ich kann natürlich auch noch andere Farben dazu nehmen. Ich glaube, ich habe bei der hier sogar auch noch Pink dazu genommen, wenn man das hier so sieht. Das lasse ich jetzt mal. Also Pink, damit meine ich jetzt das Wassermelone von Stamping Up. So, mir reicht das jetzt erst mal. Ja, wenn es trocken ist, kann man dann immer noch mal beigehen und da noch mal Verläufe machen. Genau, das kann ich jetzt erst mal trocknen. Das habe ich hier ordentlich rumgemanscht. Das stehe ich jetzt mal beiseite. Das ist auch immer wieder trocken. So, jetzt mache ich hier diesen kleinen Anhänger hier mit dem Spruch Frühling drauf. Dazu nehme ich etwas Flüsterweiß. Nehme ich hier auch... Die Steppelfarm brauche ich jetzt natürlich wieder. Ich steppel mir den Spruch Frühling drauf. Blümchen kann ich auch mal machen. So. Wasser mit innen. So, ich bruch. Jetzt brauche ich jetzt noch mal das Flamingo. Das Flamingo Rot. Ach, jetzt habe ich es auch zählen. Ich hätte es nur mal gleich aufmachen müssen. Entschuldigung, ich bin gleich mal kurz weggegangen. Ich brauchte ja noch die kleine Itibiti-Stanze. So. Hier nehme ich die 1,75-Zoll-Kreis-Stanze. Dann habe ich schon vorbereitet, mit den Framelits langweiße Kreise, einen Wellenkreis habe ich da ausgestanzt. Ich meine, das war der dritt, äh, kleinste. Jedenfalls passt hier das Frühling jetzt super gut drauf. Dann nehme ich da mal Dimensionals. So. Ich brauche jetzt hier erst noch mal ein Loch rein. Das wird nicht reichen hier. Ich habe leider keine. Andere, ich habe höchstens noch die große. Aber das sieht man im Hinteren eh nicht, weil das Bändchen da ist. Ich mache jetzt einfach ein paar Nählöcher rein. Einfach, dass ich hier auch, ähm, das Rüschenband durchbekomme. Also, das kann ich eigentlich auch jetzt schon mal durchziehen. Das reicht. Das sieht man halt hier nicht. So, dann klebe ich das hier schon mal richtig auf. Genau. Wo bin ich denn eigentlich mein zweites Becherchen? Da. So, dann habe ich mir noch die Bögel hier. Fertig gemacht. Die Chance geht jetzt auch mal aus. Nehme ich hier die, ähm, Gluedots, die Mini-Klebepunkte. Was ich hier auch ganz toll finde, ist, ähm, es gibt jetzt bald die Dimensionals in noch kleiner. Die wollte ich mir jetzt, äh, in der, ja, vor Abwärtsstellung schon mal bestellen, aber es ging leider noch nicht. Das heißt, die kriege ich auch erst ab 1. Juni. Ja, dann gibt es die, wie gesagt, kleiner und, ähm, da freue ich mich auch schon drauf, weil manchmal, da klebt man Sachen. Gut, für das hier hätte ich das jetzt nicht gemacht, aber so, manchmal sind kleinere, äh, bei Mänteln, das ist gar nicht verkehrt. Ich zerschnippel die dann doch recht häufig. So. Den Anhänger habe ich jetzt auch fertig. Äh, was mache ich denn hier? So. Genau. Ich brauche hier noch mal ein bisschen. Ja. Hier nochmal eine Stoffschere. Einfach mit einem Doppelknoten. Ich finde das eigentlich mal ganz schön so. Das ist ausgefahren. So schneide ich nochmal ab. Gehe. Das lasse ich jetzt erstmal so. So. Meine Federn habe ich noch nicht eingearbeitet. Ich merke noch, die Blüte, die ist jetzt noch ein bisschen feucht. Ja. Ähm, die muss jetzt nochmal auch ein bisschen trocknen. Die Blüten, die kann man dann mit Heißkleber aufgeben. Das habe ich zumindest bei dem Muster gemacht. Aber, naja, das habe ich mir fast, was habe ich befürchtet. Die Batterien sind ja. Ähm, ich nehme dann einfach den Tombo. Da mache ich hier ein paar Kleckse rauf. Das sieht man hinterher auch nicht. Einfach noch ein paar Federn dazu und das Ganze antrocknen lassen. Das Ganze habe ich dann auch mit Heißkleber gemacht, aber der will jetzt nicht, weiß ich, der Tombo, der wird wahrscheinlich, ich probiere es mal. So. Tja, ich würde sagen, fertig ist dann, ähm, jetzt habe ich mich hier total eingeschmiert. Eieiei. Fertig ist dann, äh, ja, die Blumendeko. Man kann die Blüte natürlich auch nehmen für eine Geschenkverpackung oder, ja, ich weiß nicht, da fällt euch bestimmt auch noch einiges ein. Ähm, ja, hier kann man mal gucken, einfach, ähm, irgendwie einen kleinen Becher, einfach recyceln. Ähm, ich hebe ja ziemlich viel auf. Ja, mein Mann, der schimpft schon immer mit mir, aber ich finde das eigentlich ganz nett hier mit dieser Actimel-Verpackung. Ähm, genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt gerne mal auf meinem Blog, äh, vorbeigucken. Ähm, vielleicht hat der eine oder andere ja auch mal Lust, was von Stamping abzubestellen. Ich bin ja unabhängiger Stamping-Up-Demonstratorin und darf auch Bestellungen aufnehmen. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank. Tschüss.